hallo ich bin's tina ich weiß es ist alles ein wenig ungewohnt aber ich möchte ein kleines video machen zweimal eine halbe stunde und die andere halbe stunde ist dann pilates ich hoffe es möchte ich trotzdem spaß und ich freue mich wenn ich alles sehe fangen wir auch mit locker marschieren noch acht sieben sechs fünf vier noch drei zwei letztes mal und locker hoch hoch acht sieben sechs fünf vier drei zwei letztes mal bleiben rechts hoch hoch acht sieben sechs fünf vier drei zwei wir wechseln acht sieben sechs fünf vier drei zwei noch mal acht sieben sechs fünf vier drei zwei zwei letztes mal im wechseln rechts links acht noch sieben sechs fünf vier noch drei noch zwei noch letztes mal jetzt zum step tatsch die arme nach hinten acht sieben sechs sechs fünf vier noch drei zwei noch mal Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, noch mal, acht, sieben, sechs noch, fünf, vier noch, drei, zwei, letztes Mal, wir bleiben, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, noch mal, acht, sieben, sechs, fünf, vier, zwei, noch mal, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, noch mal, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, Wir wechseln. Arme back. Acht. Sieben. Sechs. Letztes Mal. Runnings. Arme immer diagonal schieben. Drei. Zwei. Locke Knie. Wechsel rechts, links. Die Arme nach unten schieben. Acht noch. Sieben. Sechs. Fünf. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Letztes Mal jetzt doppelt. Und Single. Acht. Sieben. Sechs noch. Fünf noch. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Ein letztes Mal jetzt im Wechsel. Knie, Lift, Side. Knie, Side. Acht noch. Sieben. Sechs. Fünf. Vier noch. Drei. Zwei. Letztes Mal. Wir wechseln. Wir wechseln. Acht. Sieben. Sechs. Fünf noch. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Back to the side, Lift. Acht. Sieben. Arme mit nach unten. Acht noch. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Bleiben. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Nochmal acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Nochmal acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Und wir halten. Langsam noch und wir wechseln. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Nochmal acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Nochmal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Wir halten. Langsam nach unten. Nochmal. Nochmal. Noch vier. Drei noch. Zwei noch. Langsam drehen. Locker. Tap zurück. Die Arme lang nach hinten schieben. Acht noch. Sieben. Sechs. Fünf noch. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Wir bleiben rechts. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Nochmal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Nochmal acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Nochmal acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal, wir wechseln, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nochmal, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nochmal, 8, 7, noch, 6, 5, 4, 3, 2, jetzt nochmal ein Wechsel, rechts, links. Letzten, 8, 7, 6, noch, 5, 4, 3, 2, ein letztes Mal und locker Step Touch. 4, noch, 3, 2, jetzt zum Seite, Seite, Arme nach vorne, Beine. 8, 7, 6, 5, 4, noch, 3, 2, letztes Mal Beine, Arme hoch, zieh den Rücken lang. 8, 7, 6, 5, 4, noch, 3, 2, letztes Mal, jetzt in die Schräge rein, im Wechsel rechts, links. Acht noch, 7, 6, 5, 4, noch, 3, 2, letztes Mal und locker nochmal Step Touch, gehen rechts nach vorne, diagonal ziehen. Acht noch, 7, 6, 5, noch, 4, noch, 3, noch, 2, noch, letztes Mal und wir bleiben rechts. Acht noch, 8, 7, 6, 5, 4, noch, 4, noch, 4, noch, 4, noch, 3, 2, wir wechseln. Acht, 4, noch, 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 5, 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 noch, 6, noch, 5, noch, 5, noch, 5, noch, 6, 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 Und nun mal die Ferse hoch und ab. Einmal schütteln. Schultern mitnehmen. Die letzten acht. Sieben. Sechs noch. Fünf. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Ein letztes Mal. Und Stopp. So. Könnt ihr jetzt einen Stuhl holen. Stört euch vor euch hin. Setzt euch drauf. Die Zehenspitzen sind nur auf dem Boden schuld. Und ihr haltet euch mit beiden Händen, die du tippen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Nochmal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Nochmal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Jetzt kickt da vorne im Wechsel. Rechts. Links. Links. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei noch. Zwei noch. Letztes Mal. Bleiben wir nur rechts. Kick. Kick. Andere Beine. Einfach weiter pumpen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Wir wechseln. Acht. Sieben. Sechs. Noch mal. Acht. Sieben. Sechs. Noch. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Jetzt noch mal. Singer. Acht. Noch. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Und Beine öffnen. Schließe. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Wir bleiben aus dem Pumpen. Schön die Beine hoch. Schultern nach hinten ziehen. Rücken völlig gerade. Zieh den Bauchnabel leicht lang innen. Halte die Spannung. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch. Vier. Drei. Zwei. Jetzt öffnen. Pumpen. Schließen. Schließen. Öffnen. Sorry. Hab ich übersprungen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Noch. Drei. Zwei. Noch. Noch. Letztes Mal. Wir bleiben aus. Jetzt kick. Säuglich. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Wir bleiben jetzt nur rechts. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Super. Noch mal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ein letztes Mal. Wir wechseln links. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Nochmal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Mal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. So. Noch mal. Kommt. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. So. Wir wechseln rechts. Kling. Schön locker bleiben. Acht noch. Sieben. Sechs noch. Fünf noch. Die letzten vier. Drei noch. Zwei noch. Letztes Mal. Und. So. Jetzt nehmen wir die Arme. Wir hoffen, ihr schwitzt genauso wie ich. Und wir pumpen einfach hier unten. Beine kräftig. Mit war. Schulter zieht tief nach unten. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Hier pumpen beide. Die Arme gehen nach oben. Beide. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Kommt. Nochmal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. So. Noch mal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Die Beine bleiben ruhig. Wir kreisen. Schulter tief. Aufrecht. Bauchnabel nach innen. Trüge. Spannung im Oberkörper. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Noch mal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Die letzten. Acht. Kommt. Sieben. Sechs. Noch. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Wir nehmen jetzt die Handflächen nach hinten und wir drücken. Schiebt die Schuhe nach hinten zusammen. Nochmal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Die letzten. Acht. Sieben. Kommt. Sechs. Fünf. Noch. Vier. Drei. Zwei. Wir nehmen jetzt die Handflächen nach vorne. Beine. Schön auf. Wir auf dem Stuhl sitzen bleiben. Lass die Arten arbeiten. Acht. Sieben. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Noch. Drei. Noch. Zwei. Noch. Letztes Mal. Wir halten vorne und wir kreisen. Acht darauf, dass die Schulter unten bleibt. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Super. Nochmal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch. Vier. Drei. Zwei. Die allerletzte. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Wir halten. Zieht hier zurück. Öffnen mit beiden Armen. Ab. Vier noch. Drei. Zwei. Letztes Mal. Wir halten hier. Öffnen. Schließen. Bewegt sich nur den Unterarm. Immer beide Seiten. Bewegt sich nur den Unterarm. Immer beide Seiten. Acht noch. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Wir bleiben hier vorne und wir klappen beide Arme. Schulter immer tief lassen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Nochmal. Acht. Sieben. Noch. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Noch. Jetzt kombinieren wir das nach vorne. Öffnen. Vor. Öffnen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch. Vier. Drei. Noch. Zwei. Noch. Letztes Mal. Und wir bleiben. Und jetzt pumpen wir. Ziehen wir die Ellenbogenrichtung. Teile. Kleine, kurze Bewegungen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch. Vier. Noch. Drei. Zwei. Letztes Mal. Wir bleiben. Beine noch aus dem Diagonal schieben. Ja. Knie führt zum Ellenbogen. Bleibt trotzdem aufrecht sitzen. Das Bein zieht zum Knie. Und umgedreht. Schön zum Ellenbogen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Spann an den Bauch. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Sehr schön. Vier. Drei. Zwei. Kommt nochmal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Die allerletzten. Acht. Sieben. Noch. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und wir drücken. Halt. Sie sind festgedrückt. Spannung. Bauchnabel rein. Rücken gerade. Das Diagonal zu Ellenbogen. Und den Oberkörper rund. Noch. Vier. Drei. Zwei. Und wir wechseln. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Supi. Nochmal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Letztes Mal. Die halbe. Wieder halb festgedrückt. Oberkörper aufreicht. Spannung. Bauchnabel Richtung Wolkensäule ziehen. Wir halten. Noch vier Sekunden. Drei. Zwei. Und langsam lösen. So. Wir nehmen jetzt unsere Arme enger und liegen die Schulter tief. Tief. Und wir machen die Arme zum Bizet. Gleichzeitig die Beine hüftfrei zu stellen. Und wir stehen auf uns stuhl und setzen uns minimal ab. Ja. Arme schön. Beine immer leicht gebeugt lassen. Rücken gerade. Bauchnabel sieht Richtung Wolkensäule. Wir halten. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ein letztes Mal. Wir halten. Und jetzt richtig, wie wenn man auf dem Gau sitzt. Kleine, kurze Bewegung. Gleichzeitig nehmen wir die Arme jetzt auseinander. Die Ellenbogen liegen eng an der Taille. Jawohl. Acht. Sieben. Sechs. Fünf noch. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Und wir halten. Locker. Absitzen. So. Wir nehmen. Wir halten uns hier. Wir lehnen uns schön locker zurück. Spannen. Den anderen Bauchnabel drinnen lassen. Wir nehmen die Beine lang. Und wir ziehen hoch und ab. Ihr könnt euch ruhig hinten an einer Lügerlehne abladen. Wer keine hat. Einfach locker bleiben. Mit den Armen halten. Die Beine tief und hoch. Lasst den Bauch arbeiten. Noch mal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Aufgehend. Vier. Drei. Zwei. Noch mal. Acht. Sieben. Sechs noch. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Einmal noch. Die letzten Achtel schafft er. Komm. Sieben. Sechs. Lass den Husten brennen. Fünf. Vier. So. Drei noch. Zwei. Letztes Mal. Wir halten die Beine oben. Halten die Spannung im Bauch. So. Noch vier Sekunden. Drei. Zwei. Ein letztes Mal. Und locker. Reibt euren Bauch aus. Schön locker bleiben. So. Kommt jetzt ein bisschen nach vorne. So. Und jetzt sind die Beine, Beine gebeugt. Hoch. Kommt im Oberkörper. Leicht gegen. Achtet auf die Bauchspannung. Bauchnabel bleibt drin. Und rück ist leicht gerundet. Ja. Nicht ganz strecken. Super. Einmal acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Jawohl. Die allerletzten Achtel schafft er. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und jetzt haltet in der Luft. Haltet. 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 Und langsam absetzen. Reibt den Bauch aus. Streckt die Beine. So. Wir nehmen gleich die Beine nochmal nach oben. Wir nehmen jetzt nochmal die schräge Muskulatur. Ja. Hier hoch. Halten. Denken an die Grundspannung. Bauchnabel bleibt drin. Wir schieben die Beine nach rechts und links weg. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Kommt nochmal. Acht. Sieben. Keine Pause mal. Das schafft er. Vier. Drei. Zwei. Noch mal. Acht. Sieben. Super. Sechs. Fünf. Noch. Vier. Drei. Noch. Zwei. Noch. Ein letztes Mal. Und locker. Ablegen. So. Wir haben von den Armen fast alles. Bis auf die hintere. Den Trizeps. Ich drehe kurz meinen Stuhl. damit ihr es besser sehen könnt. Ihr achtet darauf, dass die Fingerspitzen bitte Richtung Po laufen. Nicht nach außen. Beine, Arme aufstellen. Stütze mich nur mit ein. Das wisst ihr ja. Das muss nicht funktionieren. Und tiefer. Schön arbeiten. Immer dringend eure Spannung im Bauch. Noch. Jawohl. Acht. Sieben. Sechs. Super. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Die letzten. Acht. Auf. Sieben. Noch. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ein letztes Mal. Wir halten. Noch acht Sekunden. Es schafft er. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und langsam hochkommen. So. Wir gehen jetzt runter. Ich muss kurz zu meinem Handy hinlaufen. So. Da bin ich wieder. Ihr nehmt den Rücken. Rückt euch den Stuhl so zurecht. Dass ihr die Beine auf den Stuhl setzen könnt. Ihr zieht die Zehenspitze. Achtet drauf. Zu dem Schilbein her. Jetzt drückt ihr den Rücken, bevor wir hochgehen, ganz in die Matte rein. Die Handfläche sind auf dem Boden. Die Schulter bleibt locker. Der Kopf muss nach rechts und links drehen können. Wir kommen hoch. Halten die Spannung. Hoch. Jawohl. Acht. Sieben. Super. Komm. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Noch mal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Noch mal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ein letztes Mal. Wir bleiben jetzt nur rechts. Hoch. Und abstellen. Nur kurz abstellen. Acht. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Noch mal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Die allerletzten. Acht. Sieben. Sieben. Sechs. Fünf. So. Noch vier. Kommt ihr schafft. Drei. Zwei. Ein letztes Mal. Wir stellen ab und wechseln einfach die Seite. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Noch mal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Noch mal. Acht. Sieben. Super. Sechs. Fünf. Noch. Vier. Drei. Zwei. Ein letztes Mal. Und wir halten wieder. Noch vier. Drei. Zwei. Und stellen das Bein langsam ab. Wir gehen schön langsam. Wirbel für Wirbel. Nach unten. So. So. Rutschst ein bisschen zum Stuhl hin. So dass die in der Böllerbeuge liegen. Spannung. Ihr haltet euch hier an der Stuhllehne. Und wir machen noch mal Bauch. Und wir ziehen hoch. Und gleichzeitig, wenn wir die Arme ranziehen, haben wir den Bizeps noch mal mit dabei. Achtet. Hier muss eine Faust rein. Bauchnach bleibt Richtung Wurbelsäule. Wir halten immer noch die Spannung. Jawohl. Super. Machen wir das. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Nochmal. Acht. Sieben. Super. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Die allerletzten acht. Auf. Sieben. Noch sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und wir halten. Und wir halten oben. Halten die Spannung. Löst die Arme langsam weg vom Stuhl. Nehmt jetzt bitte beide Arme zurück. Die Schulterblätter sind weg vom Boden. Achtet drauf, dass ihr immer noch Faust reinbart. Wenn ihr die Nacken Probleme habt, dann macht ihr eine kurze Pause. Kein Problem. Und setzt dann wieder ein. Okay. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Zwei. Auf. Die allerletzten acht. Das schafft ihr. Sieben. Super. Sechs. Noch. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und wir halten hinten. Haltet. Lasst die Bauchmuskulatur brennen. Die letzten acht Sekunden. Sieben. Sechs. Noch. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Arme nach vorne. Und langsam ablegen. Bauch ausreiben. So. Wir haben jetzt fast alles. Bis auf die Schrägen noch einmal. Ihr streckt das rechte Bein nach oben. Die Zehenspitze ziehen Richtung Schienbein. Achtet auf, dass es relativ gerade ist. Der kleine Finger geht zum kleinen Zehen. Der andere Arm bleibt liegen. Und wir ziehen hoch. Hoch. Jawohl. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Die allerletzten acht. Sieben. Super. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Noch. Letztes Mal. Wir halten oben. Noch acht Sekunden. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Zwei. Und schön langsam ablegen. Wir wechseln einfach die Seite. Und wir ziehen wieder hoch. Kleine Finger. Richtung Zehe. Schienbein. Fußspitze zählt. Richtung Schienbein. Sorry, ich habe mir verschmallt. Jawohl. Nochmal acht. Sieben. Sechs. Super. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Komm nochmal. Ab. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Nochmal. Wir schafften. Ab. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ein letztes Mal. Wir halten. Noch vier. Drei. Zwei. Jetzt den Wechsel. Rechts. Links. Links. So. Wie macht ihr das? Nochmal. Acht. Sieben. Super. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ein letztes Mal. Und ihr dürft entspannt liegen bleiben. Ich muss kurz aufstehen. Wir kommen dann zum Entspannungsteil. Ich bin gleich wieder hier. Hallo. Hier bin ich wieder. So. Ihr könnt die Beine unter den Stuhl einfach legen. Liegt euch schön locker ab. Die Schulter ist entspannt. Wir atmen tief ein durch die Nase. Und aus durch den Mund. Nochmal tief ein. Und aus. Noch einmal tief ein. Und aus. Ein letztes Mal tief ein. Und baut bei der Ausatmung Spannung auf. Beide Arme ziehen nach hinten. Die Schulter bleibt allerdings weg von den Ohren. Wir machen euch richtig lang. Die Zehenspitzen gehen weg vom Schienbein. Und wir halten. Macht jetzt die rechte Seite etwas länger. Zieht euch richtig in die Diagonale rein. Und wir halten. Ihr kommt langsam zum Mittel zurück. Ihr zieht noch mal beide Seiten gleichzeitig. Ihr zieht jetzt die Zehenspitze Richtung Schienbein. Drückt den Unterrücken rein. Und macht euch richtig lang. Achtet darauf, dass ihr das Atmen nicht vergessen habt. Ja. und wir wechseln die Seite. Wir kommen langsam zum Mitteln zurück. Schiebt die Beine vom Stuhl vor. Legt das rechte Bein einfach locker drauf und den linken Oberschenkel zieht Richtung Brust. Ihr könnt es auch umgedreht mal im rechten. Das ist eh beide Seiten. Streckt jetzt das Bein bitte erst ganz durch. Zieht die Zehe in Richtung Schienwein. Greift bitte nur am Oberschenkel nicht in die Kniekehle und zieht ran und wir halten. Wir legen langsam ab und wir wechseln einfach die Seite. Wir strecken jetzt das Bein erst ganz wieder durch. Zieht die Zehe spitze Richtung Schienbein. Fasst da an den Oberschenkel und zieht ran und wir halten. Wir kommen langsam in die Kniebein. Zieht den Stuhl einfach ein bisschen weg und wir kommen nach oben. Nehmt die Beine auseinander. Ups, ich muss ein bisschen zurück. Nehmt die Ellenbogen und drückt hier leicht auseinander. Achtet darauf, dass die Rücke gerade ist. Das ist ganz arg wichtig. Die Schulter zieht zurück und wir halten die Dehnung. Wer mehr will, darf mit beiden Armen hier noch greifen. Ja. Wir kommen langsam hoch. Nehmt die Arme nach vorne. Anmal den Fersen. Oder die Zehenspitze soweit wieder kommt. Oder die Kehle. Achtet immer darauf, dass der Rücken gerade ist. Und wir halten. Spendet gerade mal Musik. Haben wir es denn eh fast am Schluss. Wir kommen nochmal hoch. Nehmt die Beine aneinander. Rutscht mit dem Po ein bisschen her. Drückt die Beine, soweit es geht, nach unten. Die Schulter bewusst Richtung Po ziehen. Und wir drehen den Kopf nach rechts. Soweit wie es geht. Und wir halten. Kommt langsam zur Mitte zurück. Und wir wechseln. Und noch mal zur Mitte. Und nach unten. Kommt langsam hoch. Nehmt das rechte Bein. Und geht diagonal und zieht den Po nach oben. Und schaut auf eure Schulter nach hinten. Oder auf euer Bild für ein neues Ab. Und wir lösen. und wir wechseln. Einfach die Seite. Und noch mal zurück. Stell die Beine hüftbreit. Kommt nach so weit nach vorne, dass die Fersen sollen auf dem Boden bleiben. Wenn ihr hier seid, ist es auch okay. Ups, ich muss ein bisschen zurück. Sorry. Und wir kommen gerade nach oben. Die Schulter noch mal kreisen. Wir nehmen beide Arme. Atmen ein. Und aus. Noch mal tief ein. Und aus. Noch mal tief ein. Und aus. Noch einmal tief ein. Und aus. Und das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die zweite Runde wird Pilates sein. Ja, und ich hoffe, dass man uns an ihm so schnell wie möglich wieder säht. Und bleibt gesund. Das ist wichtig. Tschüss. Und das ist wichtig. 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 Vielen Dank.